hallo ihr lieben da draußen auf der ganzen weiten welt ich bin es wieder eure salaya und willkommen zurück zu einem neuen unboxing video der so kawaii box august 2020 in dieser box sind unglaublich tolle dinge drin und mit ein highlight wieder eine figur von remand auf die ich mich schon unglaublich freue kannst du mich kaum erwarten zu wissen welche figur ich von dem neuen set drin habe und ich bin so froh dass ich diese box überhaupt in diesem monat bekommen habe weil welche mich unglaublich großen ärger mit dem postfach hatte also zur info für euch ich bedanke mich unglaublich bei euch dass ihr mir viele briefe zu meinem postfach geschickt habt aber einige davon sind einfach von der post zurückgeschickt worden und die haben all meine post dahin geschickt was ich halt am anfang nicht wusste ich dachte man kann wirklich so ein künstler postfach machen das geht aber leider nicht da wird nicht all meine post hingeschickt und diese boxen hier werden per einschreiben von japan geschickt und die postfiliale hier in meiner heimat hatte meinem postbot mitgeteilt dass die drohen das einfach zurück zu schicken ohne meine erlaubnis weil anscheinend die adresse nicht stimmt und hier auf diesem paket steht auch ein kleber drauf das beweist dass sie es wirklich vor hatten an den absender zurück zu schicken weil angeblich meine adresse falsch wäre deswegen habe ich vor zwei tagen mein postfach gekündigt also könnt ihr mir leider jetzt keine briefe oder grußbriefe mehr schicken aber falls ihr mir boxen schicken wollt also auch so fanpakete die ich ja auch per video auspacken soll dann schickt sie bitte an diese folgende adresse das ist nämlich eine packstation und da kommen eure pakete an mir wird das angekündigt und da sollte nichts schief laufen ich habe ja schon ein paar fanpakete bekommen und ich bekomme anscheinend noch welche ich bin schon unglaublich aufgeregt weil gerade so fanboxen sind für mich manchmal sogar noch viel spannender weil ihr euch so viel einfallen lasst und ich das total süß finde dass ihr mir sowas schickt wenn ihr mir briefe schicken wollt dann fotografiert sie ab und schickt sie mir an info.salea.de per e mail so und jetzt zurück zu dem eigentlichen thema die so kawaii box ist angekommen und ich kann es jetzt kaum erwarten sie aufzumachen deswegen machen wir sie jetzt auch einfach auf und ja es liegt ein bei mystical forest camp august 2020 das hört sich jetzt schon sehr mystical mystisch an also ich habe jetzt gerade hier schon so das papier weg gemacht und mich lächelt jetzt gerade schon etwas an wovon ich denke ja es ist eine tasche eine tasche von sanrio natürlich also sanrio ist ja quasi das hauptprodukt von dieser box irgendwie habe ich das gefühl es ist eine japan basierte tasche nämlich von tokyo station so sieht das eigentlich auch da aus und dann gibt es hier den kleinen hasen als lokomotivführer hinten noch drauf das ist so niedlich die hasen sollen auch einen zug darstellen so wie ich das jetzt hier verstehe das ist eine super süße kleine tasche und die hat sogar einen knopf in der tasche auch sogar noch eine tasche drin also so ein fach natürlich wo man auch sachen reintun kann ist super süß ich freue mich oh mein gott tatsächlich es ist etwas von animal crossing in dieser box das werden jetzt wahrscheinlich unglaublich viele von euch lieben weil animal crossing ist ja irgendwie gerade das spiel hier für nintendo switch momentan und so viele von meinen freunden spielen das auch ich persönlich spiele das gerade halt gar nicht also ich spiele eigentlich erst value valley das könnt ihr auch übrigens auf tisch verfolgen die ja mal öfters online also ich stimme nicht jeden tag aber halt an bestimmten tagen dann diese themen hier das sind animal crossing sticker ich kenne die charaktere alle vom sehen ich habe aber keine ahnung wie die alle heißen ich habe natürlich schon viel gesehen von dem spiel aber ist wie gesagt ich spiele es nicht weil ich glaube die zeit bleibt mir da auch nicht wirklich die sticker sind richtig niedlich also für animal crossing fans ist das mega cool weil ich habe auch wirklich noch gar kein merchandise von animal crossing hier gesehen muss ich gestehen so das nächste was ich ziehe ist etwas plüschiges ich zeige euch jetzt hier exklusiv ein mystisches wesen wahrscheinlich auch das thema dieser box mystisch das ist nämlich ein kuscheltier oder sozusagen wieder mal ein weiteres maskottchen aus japan ich gehe mal davon aus dass es ein fuchs ist ein gelber fuchs mit schwänzchen und dem puhloch den vergessen die nie das soll auf jeden fall ein mystisches wesen sein was in den wäldern lebt und was man anscheinend treffen kann und diese wesen haben magische kräfte so sagen dass die japaner finden das voll niedlich dass da oben so ein blättchen drauf ist also das ist quasi auch denke ich das zeichen dafür dass es im wald lebt hier unten seht ihr auch noch es gibt noch mehr davon also noch andere ich kann mich nicht beschweren ich mag immer kleine kräfte hier wieder ein produkt von sanrio es geht um sumiko gurashi eine schöne tasse aber ich glaube das ist keine also keine normale tasse das gibt nämlich zwei verschiedene und zwar einmal wo maskottchen groß abgebildet sind und es gibt das wo irgendwie ganz viele kleinigkeiten drauf stehen wieder unten ich habe die bekommen mit den kleinigkeiten es ist eine metalltasse leute man kann sich das quasi mitnehmen an eine tasche dran machen das ist aus metall das geht auch nicht kaputt sprich das ist eine tasse für unterwegs wenn man zum beispiel selten geht mystical forest camp ist natürlich zum campen du hast eine tasche zum verreisen mit dem zug dann haben wir das unglaublich süße plüschi was man halt nachts im wald trifft und magische kräfte hat und wir haben jetzt diese unglaublich süße tasse die aus metall ist und die man halt wirklich an jeder tasche dran machen kann das ist eine mega geniale erfindung ich glaube das wird mein mann total lieben ich kann nicht in worte fassen wie sehr ich diese so kawaii box liebe sumiko will always be mine it's fun to spend time with everyone in the corner also da sind so viele kleinigkeiten drauf ich finde die tasse richtig schön also danke so kawaii für diese tolle reisebox zum campen ich habe selten was von ghibli dabei aber das ist etwas was wirklich niedlich ist das ist eine lunchbox von ghibli von totoro und totoro liebe ich ja wirklich total der ist so süß ich liebe das wieder mit dem regenschirm unter dem regen steht und dabei so grinsen ist einfach nur der kopf aber es ist eine runde dose und ich denke man kann sie hier einfach aufmachen kann man hier oben den deckel aber man hat man erstmal platz für ein bisschen reißen dann hat man unten drunter die gabel mega cool wenn man das auch macht hat man dann noch eine größere kleine box das finde ich super cool ich liebe solche lunchboxen das sind die besten die es gibt die sind eigentlich auch mega teuer alles was man im lieben laden in japan kaufen würde es fängt ab 30 euro an also jedenfalls alles was ich gesehen habe selbst stifte und alles waren unglaublich teuer hier das kleine markenzeichen drauf also es ist ein echtes produkt es ist keine ware die gefälscht ist definitiv eins meiner highlights weil ich liebe es zu lunchen und mir so lunchboxen zu machen die typischen japanischen bento boxen und da ist ghibli natürlich super süß für ich meine jeder mag die blieb die ganzen filme und wir kommen zum letzten produkt was auch zum thema campen und picknicken passt die versprochene figur von remand die ich so hype und von denen ich eigentlich am liebsten alle hätte aber ich habe das halt mega gehypt als so kawaii das halt ja gespoilert hat dass sie diese im entfigur hier reinpacken also eine von denen und ich hätte sie am liebsten alle ihr seht hier an den seiten pikachu wieser sah das alola wohlpix und auf der anderen seite zwei pichos pummelow und die flor und ich muss gestehen ich hätte unglaublich gerne pummelow ich habe so viele pokémon aber ich habe noch kein pummelow und pummelow gab es auch noch gar nicht so auf die dann haben sie jetzt erst mit in den neuen sets gepackt diese box da ich mir pummelow wünsche sage ich jetzt auch einfach dass pummelow hier drin ist ok es ist nicht so viel kann ich schon mal sagen aber auch eins meiner lieblings pokémon und oh mein das ist so süß ich hatte ja bei der letzten unboxing von der kingswood ein t-shirt von dieser knosp an deswegen wahrscheinlich ist dieser samen deswegen jetzt zu mir kommen und ich habe auch ein riesiges plüsch von dieser samen da ist es ist es so niedlich kennt ich bin so glücklich ich habe mein dieser samen es ist ich liebe also dieser samen ist so niedlich das wird gleich bei mir oben hingestellt in meinem neuesten regal wo immer die neuesten sachen hinkommen ja das war die box von so kawaii und ich bin unglaublich begeistert und ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste box weil die nächste box wurde gespoiler also ich habe noch keine ahnung was aber es soll was von sailor moon dabei sein die haben genau die sachen drin die ich liebe sailor moon kirby pokémon das ist meine favorite box von all diesen boxen die es gibt und wenn er da so schläft möchte ich mir am liebsten dazulegen auf jeden fall wünsche ich euch jetzt allen noch einen super super schönen tag genießt die sonne draußen das ist unglaublich schönes wetter geht raus geht spazieren geht ins freibad natürlich mit maske und abstand weil die zweite welle ist ja anscheinend wieder incoming also passt gut auf euch auf bleibt gesund und bis zum nächsten video und bis zum nächsten video ich Untertitelung des ZDF, 2020